Hey, meine Rabauken und herzlich willkommen zu einer freshen neuen Folge Minecraft, heute zusammen mit Vinicraft. Hallo? Wir zocken heute eine Runde 1 gegen 1 Lucky Blocks. Und wir haben heute, ich habe nämlich daraus gelernt, die Time Machine Lucky Blocks mit minus 100. Zumindest habe ich in den Kommentaren gelesen, dass die ziemlich OP sein sollen, sprich so umgekehrt. Also minus ist plus, plus ist minus. Ob das jetzt wirklich stimmt, werden wir jetzt erfahren. Locker stimmt das nicht. Ja, locker stimmt das wirklich nicht. So, den zweiten Arm mache ich mal weg, weil das ist nicht whack. So, let's go, würde ich sagen, oder? So, das erste war positiv. Ich glaube, der Kommentarschreiber hatte recht. Ich habe einen Golem bekommen, Alter. Der heißt einfach, er ist Irony. Ich habe 30 Herzen, jo, abgehoben. Lol, ich habe 36 Diablöcke. Zack. Ah, ich glaube, der Kommentarschreiber hatte doch recht. Share with your friends. Ich habe hier nur einen Feind und keinen Freund. Lol. Ich glaube, ich muss mal ein bisschen in deiner Nähe bleiben, damit ich hier beobachte, was du so bekommst. Ja, guck mal. What? Sieht aus, wie ein Lichtschwert oder so. Oh, und tschüss. Alles klar. Gestorben. Ach ja, übrigens, das hat zwar die vergangenen Folgen nicht unbedingt ... Oh Gott, wie es am Leggen ist. Holy shit. Ich könnte natürlich jetzt die Zombies wegmachen. Oh, der Golem beschützt dich. Ey, ich kann die Tür. Wo waren denn die Tücher? Okay, dann helfe ich dir eben nicht. Leute, und zwar, es leckt aber, Mann. Geh die mal schneller. Warum explodiert da alles? Ja, wie krass einfach. Natürlich greift wieder die Regel, und da hat ViniCraft jetzt gerade schon zwei vorgelegt. Wer häufiger stirbt, wird bestraft mit ... Oh shit, das kannst du mir ruhig früher sagen. Also die andere Person darf sich dann ein Item seiner Wahl aus dem Inventar des anderen heraussuchen. Also ein unbekanntes Item. Man muss zum Beispiel sagen, ja, ich nehme jetzt die drei. Und dann muss man den dritten Slot nehmen und dem anderen geben. Wow, Lid. Tschüss. Oh Gott, der ist verdammt schnell. Ich brauche dein Licht. Mega Schwert. Das explodiert auch noch. Was ist das für ein Schwert? Unter dem Baum kann der mir nicht viel. Golder Slime. Das ist ein Magmariesenteil, ey. Ja, Chestplate ist zwar ... Oh Gott, die Doom-Chessplate ist ja völlig OP, Alter. Ja, aber ich brauche eine Waffe. Alter, was habe ich denn für Zeug? Guck mal. Du hast schon ... Achso, das ist eine Dia-Rüstung, ne? Du hast wieder ... Garten-Sickle, Alter. Oh. Ah, jetzt habe ich das passend dazu. Nice. Oh mein Gott, ist das krank. Ich glaube, diese Doom-Rüstung, die ich habe, ist das krasseste überhaupt. Ich habe erst mal plus 200 Herzen und Stärke 4 und Resistenz 4. Ach so. Ja, kein Problem. Holy ... Was mache ich denn mit Emerald-Blocks, Alter? Geh mal weg. Ja, dann kannst du Emerald-Rüstung machen. Die ist eigentlich OP, aber wenn man natürlich so kranken Stuff bekommt, dann ist selbst Emerald-Rüstung eigentlich auch schon wieder scheiße. Oh, cool. Oh, da hast du einen Slime. Oh, holo. Kann man den Slime eigentlich töten? Oh, ich darf nicht sterben, ne? Oh, scheiße. Ich war ... Ich glaube, den kann man schon töten, glaube ich, ja. Ja, versuch mal. Ja! Geh mal weg. Der ist schneller als du, glaube ich. Also, ich habe mich unter dem Baum versteckt. Alles gut. Holy, was ist das? Ich kann nicht, dass man den töten kann. Ich habe eine Schule erschaffen, oder was das hier sein soll. Bell für Bildung. Da sind die ... Ja, okay, aber Dias, ganz ehrlich, ich habe ja Ismaragde. Da brauchen wir eigentlich gar keine Dias. Ich wollte irgendwas sagen. Was wollte ich dir nochmal sagen? Ach ja, es wäre cool, wenn sie noch so Dia-Äpfel oder Emerald-Äpfel einfügen würden. Das wäre echt nice. So mal als kleine Idee am Rande. Oh, was ist das denn? Hui. Hoho. Da sieht schon ziemlich nah ... Hey, wo haben ... What? Hey, wo habe ich die ... Hast du gerade einen Block geöffnet? Ja. Hey, ich habe Dias bekommen. Ja, ja, ich auch. Fünf Dia-Blöcke. Ja, danke. Aua, böser Gast. Auf jeden Fall Props an den Lucky Block von dir. Blöde Gast, Alter. Hey, ich kriege nur Rüstung. Ich brauche ein Schwert. Ich habe keine einzige Rüstung, Alter. Das ist richtig lächerlich. OP Glemmen. Oh nein, ich glaube, der Typ hat mich gesehen. Geh weg, böser Slime. Wie geht es in deine Schule? Dort bin ich sicher. Was ist denn plus fünf Amor und Schutz 100? Ich weiß nicht genau, was das macht. Schutz 100 klingt so gesehen auch schon mal ganz gut. Ich meine, jetzt habe ich die komplette kranke Rüstung. Fand ich sehr eigentlich gar nichts. Ich dürfte ... Meine Augen sind verdeckt. Aber ich habe immer noch kein Schwert, Mann. Wenn du Glück hast, bekomme ich kein Schwert. Also im Notfall kann ich mir natürlich ... Oh, Lord. Holy shit. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 Level, 16, 17, 18, 19, 20. Ich habe auch ganz interessante Rüstung so gesehen. Aber das Problem ist, wie heile ich mich denn voll, wenn ich viele Bonusherzen habe? Ja, das Problem habe ich auch gerade. Es gibt eine Waffe, die hatten wir beim letzten Battle. Die hat die Spezialfähigkeit, Direktheilung und dann ... 25 Level. Und dann ... Ich bin ziemlich langsam durch die Rüstung. Ich muss dir mal was zeigen. Wo bist du denn? Hallo, hier hinter dir. Guck mal, was ich kann. Was? Die Pickings baut einfach instant ab. Bist du schon durch? Ich habe noch ein paar. Ich bin schon durch, glaube ich. Ich bin immer der ... Was war das? Was? Ich habe nichts gemacht diesmal. Hä, das sah komisch aus. Okay, es ist nichts passiert. Meine Gegner sind konstant immer schneller als ich. Ich habe wirklich ... Ich habe nur Crab, glaube ich. Das ist richtig unfair. Ich habe so ziemlich die heftigste Kiste ever. Ich habe einfach nur Crab. Als ob du nur Crab hast. Du hast eine Spitzhacke, die so groß ist wie ... Weiß ich auch nicht, aber ziemlich groß. Ach du Scheiße. Ich habe eine Waffe. Okay, also ja. Die Sache ist jetzt halt, ich muss ehrlich gestehen, dass ich 35 Lucky Blocks aus so einer Kiste bekommen habe. Aber ich würde sagen, die schmeiß ich mal weg, weil das wäre ja sonst ein bisschen zu krass unfair. Spielen wir dann eigentlich mit ... Mit mehreren, also das Deathmatch, wie viel Leben haben wir? Oh, Best of Three. Also, wer jetzt erst zwei Punkte hat, gewinnt. 100 Schwärme, oh nö, danke. Okay, damit bin ich jetzt auch erfolgreich durch. Ich werde sagen, das kann sich sehen lassen. Wir rüsten uns jetzt ganz kurz aus. Und dann gibt es das Best of Three Battle. Okay, let's go, eure Battle Nummer 1. Bekommst du nicht noch eine Sache von mir? Ach ja. Fuck, stimmt, habe ich ganz vergessen. Okay, stimmt. Ich sage dir meine Zahlen. Muss es Hotbar sein oder generell ganz ... Nee, also du solltest durchmischen. Ja, habe ich. Okay, dann sage ich die ... Ich sage die neun. Also erste Zeile ganz rechts. Oh. Habe ich ganz vergessen, ey. Oh, ist gut, dass du mich daran erinnert hast. Ja, ich bin ein Pferdersch... Guck mal. Und das ist auch ein Item, wo einfach draufsteht Share. Alter, geil. Oh, siehst du, dann passt es sogar. Ja. Nice. Okay, jetzt aber. Let's go. Bei denen habe ich eh zum Glück genug hier. Wo bist du? Ah, da hinten. Okay. Ich weiß nicht, mit was ich gegen dich kämpfen mag. Ja, Mann, das ist locker E-One-Hit, ey. Glaubst du? Ich weiß nicht. Also du bist zumindest One-Hit. Hattest du ne Potion drin? Nee. LOL. Okay, RIP. RIP, Digger. Du hast meine Rüstung mit einem Schlag kaputt gemacht. Tja, Lifestyle. Ich meine, hat mein Darko Sword 2000 Angriff? Vielleicht. Okay, weiter. New Game, let's go. Okay, ich probiere mir was anderes. Das wird auch lustig. Also theoretisch, das muss ja überkrass sein. Okay, ich probiere das mal. Das sieht stark aus. Du hast einen Trank genommen, ich sehe das. Genau. Er bringt mir aber nichts, weil ich mich nicht vollhalten kann. Der hat keine Missionation. Scheiße. Wenn ich dich im Flug treffe, das muss so krass sein. Kannst du mich vorne hinten? Sorry. Nicht wegfliegen. Hä, das ist voll wenig eigentlich. Alter, weil ich fliege. Ja, aber das ist voll wenig eigentlich. Ich habe Rückstoß 100. Ich habe 100 Herzen und Resistance. Irgendwas. Müsst du mich verarschen? Ja, war mal im Ernst. Bist du so wenig geflogen? Ich habe Rückstoß 100. 2-0. Easy win. Warte, wir können doch mal was probieren. Komm, Iron Golem. Nein, nicht mich. Das zieht mir schon viel ab. Oh, du hast einen Schlag überlebt. Oh, ich habe überlebt, ja. Nein, der hat echt einen Schlag überlebt. Okay, Leute. Ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen. Schaut auf jeden Fall bei Venicraft vorbei. Der ist natürlich in der Beschreibung verlinkt. Und lasst ein Däumchen nach oben da, wenn ihr mehr Folgen sehen möchtet. Wir sehen uns morgen. Haut rein. Tschüssi. Wir sehen uns morgen. Vielen Dank.